Unsere Softgaragen für den Outdoor-Bereich sind von Hause aus schmutzabweisend, ähnlich wie ein Lotus-Effekt. Wenn doch mal ein bisschen Schmutz drauf ist, kann man den einfach abbürsten oder abspülen. Ja, und wenn mal ein Vogel seinen Kot hinterlassen hat, dann einfach ein bisschen Seifenwasser machen, weiche Bürste und einfach ausbürsten. Dann ist er auch weg. Untertitelung des ZDF, 2020